Heute werden wir probieren, soweit es geht, zu fliegen. Dabei müssen wir Raketen einsammeln und noch Eier schlüpfen lassen. Und ihr glaubt nicht, was passiert mit am Ende. Lass uns ein Like und ein Abo da. Los geht's. Yo, Kaspar, was geht ab? Was geht ab? Guck dir mal das Glücksrad da an. Lass dir mal ein Freispiel drehen. Dreh drauf, dreh drauf hier. Oh, ich dreh, ich dreh. Oh mein Gott, was kommt? Eine Million. Nein, nur 3000. Oh, eine Million Klötze. Was? Wie viel hast du bekommen gerade? Du hast 3000 nur bekommen. Ich hab nur 3000. Ich muss noch mal dreh, für 99 Robux. Ich war noch mal. In drei Sekunden geht's hier los. Wir müssen nämlich probieren. Oh Gott, ja. So weit es geht zu fliegen. Und mehr Raketen. Au. Au. Je einsammeln, desto besser. Oh Gott. Jetzt müssen wir. Okay, und jetzt? Was müssen wir jetzt machen? Wir hätten die Raketen gerade eben einsammeln sollen. Ich kann mir hier so ein Ei kaufen. Stimmt. Springt das was oder was? Ich kaufe aber ganz kurz. Oh, nee, warte. Es geht schon los. Es geht schon los jetzt vielleicht. Okay, es geht los. Also jetzt müssen wir hier rüberspringen oder was? Jetzt kommt ein Tripp und springen, so weit es geht. Und pass auf. Oh, nee. Oh, aufladen, aufladen. Okay, dann sammeln schnell. Die Raketen haben wir zu visual. Alle einsammeln schnell. Aufladen. Oh mein Gott, wie viele da drüben auch sind. Goldene Raketen. Oh mein Gott, hier goldene wichtig, goldene wichtig. Hier drüben nochmal, ja. Oh mein Gott, hier ganz viele goldene. Was? Wie viel Sprungkraft hast du? Ich hab 1000. Wie, du hast 1000. Wie viel hast du denn? Ich hab 160. Ja, und. Also 1000 Sprungkraft. Mal los. Und ich bin... Alter, du bist ja nur da ganz hinten. Ja, pass auf. Ich hab aber eine Million Klötze, ne? Haha. Oh was? Eine Million Klötze? Ja, ich gucke, was ich jetzt damit am besten kaufen kann. Weil hier gibt es nämlich Eier. Oh Gott. Hier gibt es ein Ei mit 450.000. Das kaufe ich jetzt nämlich mal ganz kurz. Was? Das ist das Krasse mit dem Spiel. Wie sollst du direkt das Krasse mit dem Spiel? Ja gut, okay, warte mal. Alter, hol dir doch mal das hier drüben für 1000. Die Starteier. Aber wir fangen hier erstmal ganz ruhig an. Na, erstmal hier einzuholen. Das 1500 Ei sagst du? Ja, das kaufe ich mir. Und das bekomme ich? Bitte episch. Ich krieg gewöhnlich. Oh nee. Was ist denn das für Teile? Und noch ein. Warte, ich krieg noch ein. Nochmal gewöhnlich. Oh, ich auch nochmal, Mann. Komm, dritte. Ey, dreimal gewöhnlich, ne? Ich auch. Komm, wir kaufen uns eins weiter. Hier, hier ist es für 12.000 schon das Ei. Okay, 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 warte, ich komm. Das 12.000 Ei. Ja, das 12.000 Ei. Eingekauft, eingekauft. Oh, was hast du denn jetzt gerade? Was hast du bekommen? Ich guck nochmal. Wieder gewöhnlich. Auch gewöhnlich. Oh, noch eins. Ey, ich krieg jetzt dreimal gewöhnlich, really? Ich hab dreimal wieder gewöhnlich bekommen. Ja, selten. Was? Oh mein Gott, was ist jetzt? Habe ich da selten Glück? Oh mein Gott. Und man kann... Plus 600 Speed. Leute, man kann fünf Hausseite auf einmal ausrüsten, ne? Warte mal, dann kaufe ich mir direkt noch ein paar mehr, würde ich fast sagen. Ja, ich würde sagen, ich kaufe mir ganz kurz das Ei für 90.000. 90.000? So viele habe ich noch gar nicht. Ja, wieder gewöhnlich, das kann nicht sein. Ich spring, ich glaube, ich spring immer eine Runde. Ich springe mal eine Runde. Ja, ich krieg nur gewöhnlich, das kann nicht sein. Und jetzt nochmal, komm schon, bitte. 3.600 Klötze. Ich hab wieder, ich hab dreimal, ich hab neunmal hintereinander gewöhnlich bekommen. 90.000, so viel habe ich noch gar nicht. Ich muss am Arsch bringen. Ja, das passt noch gar nicht. Aber kein Problem. Ich komme jetzt hier mit meinen richtig krassen Eiern jetzt hier am Start. Ja, ja. So, zack. 87.000? Wie bekomme ich denn jetzt nochmal ein bisschen mehr Klötze? Ich habe jetzt gerade 4.000... Wow! Alter, wie weit du kommst! 6.000 Klötze gerade bekommen, ne? Mit den, mit den, äh, mit den Tieren. Okay, krank. Ich kaufe mir jetzt auch mal das für 90.000, das Ei hier. Zack, ei getütet. Genau, kaufe mir das für 90.000. Das Ding ist... Selten! Was? Was? Oh mein Gott, aus dem 90.000 Ei selten bekommen. Hä, wie viel Sprungkauf hast du jetzt da durchbekommen? 1.500 mehr. Wow, ich habe nur 1.000 beim Gewöhnlichsten bekommen, ne? Ich habe jetzt gerade meine Punktzahl überboten. Da sind auch voll viele krasse Raketen. Ich will nur überlegen, ob ich gleich schon das 1.000 Ei kaufen soll für 450.000. Das ist, glaube ich, richtig crazy. Ich habe gerade mal 1.000 Klötze. Wie viele Klötze hast du denn? 700.000 habe ich noch. Sieben? Wo hast du denn so viele Klötze her? Hast du dir für Robux was gekauft? Ich habe noch 1.000.000 Klötze gezogen, du Dulli. Ach ja, stimmt. So, 7.000. Warte, wie viele Klötze sind denn 1.000.000 Klötze wert? Oh mein Gott. Ich kaufe mir jetzt hier was für Robux. Ich habe gerade eben echt 350 Robux quasi gewonnen, ne? Hä, echt? Ja, sozusagen. Weil 1 mit dem Klötze... Was hast du bekommen? Ich habe mir für Robux hier ein Ding gekauft. 18.000 Sprungkraft gibt es dafür. Wie, was hast du mir gekauft? Das ist für 170? Heidewitzka. Ja, Mann, genau das Ding. Okay, ich kaufe mal. Guck mal, ich gucke mal, was ich dafür bekommen habe. Alter! Einfach 18.000 Sprungkraft. Beim goldenen Ei hast du gekauft, ne? Ja, 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 safe, safe. Oh, das ist Robux-Ei, sagst du, ne? Alter! Und jetzt kann ich einfach 21.000 weit springen und... Was? Ich habe ein krasses bekommen, so ein seltenes, ne? Was, ein seltenes? Ich habe 38.000 Sprungkraft auf dem Ding. Was? Ja! Was? Niemals! Doch. Uh, nochmal! Wie weit fliege ich? Alter, ich sehe es. 100.000 Klötze habe ich jetzt gerade dadurch bekommen, ne? Ich bin gerade mal 45.000 Klötze geflogen. Warte, ich kaufe mal ganz kurz immer das Ei für 50.000. Bitte mythisch oder irgendwie selten. Ey, nein! Oh mein Gott. Was hast du bekommen? Wie viel bringt das? 5.000. Ey, du kannst doch bis zu 100.000 weit fliegen, ne? Ja, ja, das ist schon echt krass, wie weit man fliegen kann. Was kosten die Eier denn hier drüben? Okay, warte, ich spring auch wieder weiter. 400.000. Also ich kaufe mir jetzt nochmal das Ei für 90.000. Komm, da muss jetzt das krasseste drin sein. Und ich bin bis 150.000 gekommen. Was? Das krasseste. Was? Nein, Leute, das ist das krasseste, das ist fast zweitkrasseste. Alter. Wie viel hast du bekommen? Äh, 2.500 nochmal Boni. Alter. Komm schon. Zack. 114.000. Oh mein Gott. Ich habe jetzt gerade Sprungkraft 47.000, ne? Ich habe 24.000. Wie sollst du denn 47.000 gekauft? Hast du das für 800 Robux gekauft? Nein, für 149. Was? Bam. Ich komme immer weiter, es ist gerade immer höhere Punktzahl. Oh mein Gott, ich kaufe mir jetzt VIP für 150 Robux. Das sind drin nur goldene Raketen, die du einsammeln kannst. Okay, du hast recht, du hast recht. Das macht doch nicht echt Sinn, wenn man das kauft, ne? Ich glaube, echt. Ey, wir haben schon so viele Raketen, dass das Game sogar schon ein bisschen leckt. Vielleicht kriegen wir heute das Game sogar zum Crashen. Oder wir bekommen Admin oder so. Aber denk dran, wir haben auch wieder Geburten, ne? Ab 25 Millionen kriegen wir wieder Geburten. Oh Gott. Jetzt habe ich hier freigeschaltet. Ey. Oh ja. Jetzt sind die alle wieder weg, aber guck dir das an. Es spawnen alle goldene Raketen jetzt gerade, ne? Oh mein Gott. Bring die ein bisschen was? Die bringen ein bisschen was, aber nicht viel. Ein bisschen was, ne? Also besser als für normalen Raketen. Die sammeln sich ja mit einer Zeit. Genau, aber jetzt ist ja gerade sowieso Pause. Und jetzt können wir hier wieder reingehen. Warte, genau, sammeln Raketen, um aufzuladen. Ja, ja, ja. Ich glaube, es war ganz so das Glücksrad für 999 Robux. Ich habe das Glück gebracht, ne? Ich mache auch nochmal. Ich habe das ja schon zweimal gekauft, weißt du? So, ich glaube, es ist das Glücksrad. Ich habe es gekauft. Ja, 999 Robux, sag. 3000, Alter. Komm schon, gön, 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 gön. Ey, ich habe gerade mal 3000. 3000 auch? Ja, das ist voll schlecht. Es geht los, es geht los. Geh weiter. Zaaack. Boom. Ich fliege mega weit. Ich mache meinen Rekord. Alter, ich merke es gerade. Boom. Wow. 121.000 Quatsch habe ich jetzt gerade. Ich bin dritter auf dem Server. Du bist dritter? Jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich vierter. Ich bin dritter auf dem Server jetzt gerade. Ja, ja, safe, safe. Ich frage mich, ob es eine Taktik gibt, dass man besser abspringen kann, ne? Oh. Äh, bestimmt. Ich kriege aber die ganze Zeit höhere Punktzeit. Warte, ich komme jetzt direkt nochmal hier ein Ei. Für 4000. Sag jetzt drüben. Ja, ich hole mir das 90.000 Ei. Komm schon, nochmal selten. Was? Oh mein Gott, Alter. Hä, wie sagst du die ganze Zeit 400.000 auch? Also wie viel Geld hast du denn? Ich habe jetzt gerade 500.000. Wow. Oh, und ich fliege weit. So weit wie es geht. Weiter, 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 weiter. Ja. Oh. Oh. 56.000. Ich will mir jetzt auch mal das krasse Ei da kaufen. 133.000, ne? Wow. Ich glaube, wenn man das einmal hat, die ist krasse Ei. Dann kannst du nur noch weit fliegen. Ja, ich glaube auch. Ich bin überlegen, ob ich das Ei kaufen soll für 800 Robux. Was wäre mir das denn zu teuer? Alter, stell dir das mal vor für 800 Robux. Und wow. Das Ei von 54.000 kommt schon ein bisschen mythisch. Ich will mir das, ich habe mir das noch nicht mythisch. Gewöhnlich. Oh, ich dachte gerade schon. Das Gewöhnliche bekommen. Aber es ist... Ich habe mir das noch nicht einmal gekauft. Ich brauche das jetzt auch langsam. Es ist trotzdem nicht schlecht, muss ich sagen. So. 380.000 habe ich schon. Ich müsste mir das auch gleich holen können. Ja, ja, musst du safe holen können. 50.000. Ja, oh. Ich bin gerade auf dem vierten Platz. Was? Wir wollen aber ersten Platz herhalten. Und du kannst halt bis eine Million ausspringen, ne? Ja, ja, wir springen nachher wirklich bis eine Million. Mal gucken, was am Ende nachher sein wird. Oh, ich fliege noch weiter. Okay, ich kann mir jetzt das krasse Ei kaufen. Ich hole mir das jetzt. Warte, es gibt noch automatisch das Sammeln, ne? Und gewöhnlich. Ehrlich? Ich frage mich jetzt gerade. Ich glaube, ich kaufe mir noch mal das Robux-Ei für 149 Robux. Das hat nämlich voll viel gebracht. Und komm schon. Goldener Ei, bitte, bitte. Oh, Wasser, Dominos. Was ist das denn? Oh, Blitzlord? 18.000. Den hast du noch nicht gerade noch. Oh mein Gott, Rüste, fimm weiter raus. Hier raus. Das ist, glaube ich, richtig krass. Oh mein Gott, das ist auch okay. Das ist auch okay. Und zack. Wie weit komme ich schon? Ich spring weiter. Bam. Oh mein Gott, ich bin auf dem dritten Platz. 66.000. 195.000. Ich komme immer weiter jetzt gerade. Was? Ey, es geht wirklich darum, wie man abspringt, ne? Also entweder ja oder entweder nein. Nein. Weil ich bin mir gar nicht so wirklich sicher, ob man auch wirklich. Bam. Was denn? 101.000. Ey, das ist so krass. Komm schon. Weil ich will noch mal das Glücksrad. Ich will noch mal, ich will mein Glück testen. Nochmal? Ja, das macht so viel Spaß daran zu drehen. Ich habe da schon 400 Robux gelassen bei dem Glücksrad. 400 Robux? Okay, ich komme mal. Bitte, 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 bitte. Ey, 3.000. Das kann sein, Alter. 3.000 nur. Ja. Ey, wer zuerst war, lacht am besten. Ich sage es dir. Ich bin heute noch auf dem guten Platz. Aber 3.000 ist schon wenig, ne? Ja, das ist schon echt wenig. Also mit 99 Robux ist schon ein bisschen Abzocke jetzt gerade. Ja, das ist echt Abzocke. Jetzt kommen wir mit Vollspeed. Ich könnte mir auf jeden Fall jetzt noch mal von 450.000 das nächste Ei holen. Mal gucken, ob ich jetzt mal was seltenes da rauskomme. Mann, ich will auf 200.000 kommen. Ich bin so kurz davor. Was für ein Ei holst du jetzt? Mythisch, ich hole mir jetzt von 450.000. Und? Boah. Selten. Was? Oh mein Gott. Okay, ich kaufe mir noch ein goldenes Ei. Komm schon, ein goldenes Ei. 5.000, du warst. Bitte kein Wasserdominus. Ein Feuerdominus. Was sagst du? Hast du da gezogen gerade? Wieder 38.000. Oho. Zack. Wieso kriegst du denn 38.000? Weil wo kriegst du solche Eier denn her? Zack. Aus dem 149er Robux-Ei. Jetzt war nicht so viel Geld in deine Dings reingestellt. Guck mal, wie weit ich fliege. Bis 248.000. Alter, du Maschine. Okay, warte, ich bin auf dem zweiten Platz, ne? Unser Ziel ist auf jeden Fall heute erster Platz zu werden. Erster Platz, ja, ist ja logisch. Und eine Million Weiß zu springen, ne? Ich seh da nur so einen Typen, Alter. Der ist an dir gerade vorbeigeflogen. Der ist übel. Zweite Punkt, weil der kommt. Der ist aber gerade auf den ersten Platz gegangen, ne? Ja, safe. Safe, safe. Ich sammle jetzt rüber hier nochmal goldene Raketen ein. Ja, schön einsammeln. Das bringt natürlich auch wieder ein bisschen Lust. Ich krieg aber die ganze auch höhere Punktzahl, ne? Soll ich mir gleich mal das Ei kauf für drei Millionen? Alter, hast du schon so viel Geld? Ne, ich hab jetzt gerade 2,4 Millionen jetzt gerade. Alter, hol dir das mal, hol dir das mal. Ich will echt nicht mehr, was da drin sein könnte. Oh, ich blieb so weit, es geht. Einsammeln. Komm schon. Komm schon. Und ja, gut. Ich komm. Nochmal höhere Punktzahl, nochmal höhere Punktzahl. Ich hol mir jetzt, ne, ich kann es noch gar nicht holen. Nochmal abspringen hier. Warte, es gibt auch exklusive Haustiere. 5 Millionen kosten einfach 1.500 Robux, ne? 5 Millionen. Was, Alter? Wenn du dir die so kaufen willst. Guck dir das jetzt? Ne, ich überleg gerade, was sind das so für Dinge? Ich krieg halt kein Legendär oder sowas, ne? Das ist halt das Problem. Naja, wenn du da legendär draus ziehst, dann auf jeden Fall. Ja, aber dann sind das halt direkt 3 Millionen weg, ne? Ja, stimmt. Kommt schon jetzt hier alles einsammeln? Ich werde nochmal ganz kurz noch ein Ei holen für Robux. Ich hab das Gefühl, dass das ist die beste Investition, die machen kannst. Die nur 149 Robux hier. Meinst du, hier noch eins? Ja, hundertprozentig. Schön ans Ei kaufen, komm schon, Fall, Dominus. Was, Herr Dominus? Ja, da kannst du doch aber nur zwei verschiedene Sachen holen. Entweder das eine oder das andere. Ja, aber das eine bringt 18.000 und das andere bringt 35.000. Okay, okay. Aber nicht gleich quatschen, es geht wieder los. Oh mein Gott, Alter, wie weit fliegt der? Wie weit fliegt der? Was ist mit dem? Der fliegt bis zu einer Million. Der ist bis zum Ziel. Okay, das würde ich auch schaffen, so weit fliegen, bitte. Eine Million, wie weit ist der bitte gekommen gerade? Aber guck mal, ich komm jetzt gerade echt nur bis zu 300.000. Ich frag mich jetzt, wie man echt nochmal mehr weiterkommen kann. Komm schon. Warte mal. Handelsanfrage. Vielleicht muss man handeln mit irgendwelchen Leuten. Ja, das hab ich auch gerade gedacht. Zum Handeln muss mindestens 100.000. Mit Jorge. Handel das mit Jorge. Der hat aber Alienhase, Alienhund. Komm, trade mal einen krassen Stuff mit dem. Hey, ich will seinen Alienhund haben. BAM! So, 600.000. Ich geb den hier Doppelziegel. Mal gucken, was gibt er mir für den Doppelziegel? Will der was haben, oder was? Episch! Was? Aus dem 54.000er Ei. Sehr schön. Ja, der macht, der gibt mir nichts. Ich mach ablehnen, der gibt mir nichts. Der will nur, der will nur nerven. Der will nur Zeit schinden. Ist so. Ich glaub ich kaum, weil er hat das aber wieder geschickt. Will der mir jetzt was geben? Er hat wieder nochmal geschickt. Will der jetzt traden? Oh, der gibt mir seinen Alienhase. Nein! Komm schon. Nein! Akzeptieren! Nein! Akzeptieren! Nein, 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 wehe, 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 wehe. Er akzeptiert aber nicht. Er akzeptiert nicht, er macht wieder raus. Ich glaub, er will aber den Alienhase mit dir traden. Er will den loswenden. Ich glaub jetzt mal, das 3 Millionen Dollar Ei. Oh, gewöhnlich. Was ist drin? Das ist nicht deren Ernst. Wieso? Gewöhnlicher Slush-Hund. Wie viel bekommst du dafür? 12.000. Ah! Naja. Okay, aber komm, ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Aber 3 Millionen, weißt du, das ist voll viel. Oh, ich muss nicht. Ey, ich bin noch nicht mal über 100.000 rüber, ne? 333.000 rüber. Ich kratze an den 100.000. Ich kratze an den 100.000. Ich will nicht, wie man am besten noch mehr Geld machen könnte, grad, ne? Oder, äh, Sprungkraft. Man braucht einen krassen Trade mit irgendjemandem, glaub ich. Ich glaub, du musst dir auch so mehrere Haustiere holen, halt. Ich könnte auch 10 Haustiere haben. Zack! Zack! Wow! Nein! Ich fliege schon wieder richtig weit. Und bam! Okay, die Klötze sind auf jeden Fall auch wieder weit gekommen. 104.000. Weg mit dem Teil hier. Zack! 5.000, 6.000. Komm schon. Komm schon. Und bam! Alter, das ist ja so crazy, ne? Okay, Achtung jetzt hier. Und? Okay. Zack! Und los geht die Räuse! Wir fliegen weit! Wir fliegen mega weit! Ja, nein! Alter, 300.000. Ich will mal hier über 100.000 rüberkommen. Hier müssen wir jetzt richtig anlaufen. Hier müssen wir jetzt richtig anlaufen. Aber ich seh grad, also je mehr, äh, Rockets wir einsammeln, desto besser ist es halt, ne? Das weiterkommt halt auch. Ja, safe, safe, safe. Ich sammel auch jetzt erstmal ein paar Rockets hier nochmal ein. Ich frag mal, ob es halt auch so einen Rocket-Einsammel-Multiplikator gibt. Ja, gibt es. Automatisch einsammelt unten rechts gibt es, ne? Aber ich mein so, oh mein Gott, hier liegen ja grad so viel Gold. Ach, nochmal ein Multiplikator. Das wär... Ich sammle die jetzt alle ein. Ich hab das Gefühl, ja, so ein Multiplikator, wenn man die halt einsammelt, das wär halt nicht schlecht. Ich krieg halt hier exklusive Haustiere? Ja, das sind diese, diese einen da. Ah, okay. Das sind diese krassen. Okay, warte, ich sammle jetzt hier alle, alle goldene ein, so. Es gibt halt noch so ein übelst krasses Ei für 900 Robux oder so, ne? Das schwarze da. Ich glaub, ich kauf mir das gleich mal. Was? Nein! Nein! Das sieht richtig crazy. Ich will doch auf eine Million kommen. Alter, mit dem Ding kommst du auf 20 Millionen. Nee, locker noch nicht. Man braucht davon bestimmt drei oder so. Natürlich, das ist übelst krass. Okay, ich bin jetzt gerade so weit gekommen, wie ich noch nie. 370.000. 92.000. Ey, ich muss hier. Ich will hier nochmal über die 100.000 mal rüber, so. Komm schon, ich bin auf die über die 400.000. Nochmal höhere Punktzahl. Ich krieg die ganze neue höhere Punktzahl. Komm schon. Nein, ich will noch höher. Los! Okay, ich kann mir hier noch ein paar Raketen ein. So, hier fahren wir nochmal. Okay, pass auf. Ja? Ja, es wird's krass. Das ist das Black Mamba Ei. Das schwarze Black Mamba Ei. Ich hätte auch eine 8-prozentige Chance, ein richtig krasses Haustier zu bekommen. Alter, wenn du das ziehst, das wäre wirklich geisteskrank. Ich glaube, das ist das Endgame. Das ist das Cyberei, ne? Das ist das Cyberei 2. Ja, 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 ja. Ich kaufe es jetzt gerade. Ja, schön schön. Nein, ich habe das normale bekommen. Aber es war... Okay, mal gucken, wie bringt das? Wie viel bekommst du? 74.000. Uff. Das ist nicht schlecht, muss ich sagen. Warte mal, da steht auch Handwerk. Man kann die Sachen auch zu scheinen Sachen machen. Nein, kann man die maschen, oder was? Ja, ja. Oh mein Gott, ich bin genau auf 100.000. Jetzt habe ich ein Abzeichen bekommen. Juhu. Warte, ich komme jetzt mal hier schnell und spring. Wow. Warte mal, ich handel jetzt mal hier mit dem Typen hier. Zack. Wow, ich komme fast bis... Alter, ich bin bis 500.000 gekommen. Das Ei hat gerade schon richtig viel gebracht jetzt, ne? Komm hier, ich hau hier alles rein. Komm. Ich glaube, ich kaufe mir gleich das Ei nochmal. Komm, akzeptier das, Jorke. Nein, der hat abgelehnt. Sprung. Komm schon hier, du kannst alles haben von mir. Los. Boah, ich bin jetzt bis 554. Erreich die 500.000 Steuern. Ich werde jetzt gerade ein Abzeichen aufbekommen. Oh mein Gott, komm schon. Mach, 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 mach. Ich fliege so weit, wie es geht, ne? Los. Zack, 543 nochmal. Nein, was macht der? Nein, okay, jetzt ist gerade Pause. Okay, ich komme jetzt nochmal an das schwarze Ei. Das schwarze Ei, Kaspar. Ey, Mann, der soll das hier mal akzeptieren, hier, der Jorke. Ey, das Game macht mich hier arm, sage ich dir, ne? Das Game macht mich arm. Oh mein Gott, er hat... Oh, nicht den grünen. Egal. Oh mein Gott, der hat mir alles gerippt. Wie jetzt? Der hat mir alles geklaut, der Jorke. Wie das denn? Ey, der hat mir alles gerippt. Wie das denn? Was hast du denn gemacht? Der hat... Was ist das denn, Faker? Wieso? Ich habe meine krassesten Sachen reingepackt. Er hat so die krassesten Sachen von ihm reingepackt. Dann habe ich auch akzeptiert, er auch. Dann ging so 5 Sekunden Countdown runter. Und bei einer Sekunde hat er seine Sachen schnell rausgenommen. Ah, ha, ha, ha. Ich glaube es nicht. Ah, ha, ha. Der hat alles gerippt. Nö, das ist nicht so blöd. Ich schlaufe. Ich schlaufe von dir. Sprung. Wow. Bam. Ja, nicht schlecht. 673.000. So, warte mal. Ich kaufe jetzt mal erstmal ganz kurz. Okay, ich habe jetzt fast das eine Ei. Zack. Oh, der Jorke nervt. Wie weit kommst du wieder? Kommst du? Ah, bis 664.000. Alter, das ist soweit. Okay, noch drei Sprünge. Dann habe ich nämlich 10 Millionen. Ich bin nämlich gespannt, was in dem 10 Millionen Dollar Ei drin ist, Freunde. Dann werdet ihr direkt wissen, ob sich das lohnt oder ob sich das nicht lohnt. So, 96.000. 91.000 wieder ein Rekord für mich. Komm schon noch. Zweimal springen. Ja, los. Wow. Okay, 681.000. Das ist jetzt leider gerade kein Rekord, aber das können Sie im Rekord haben. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, okay. 96.000 höchste Punktzahl. Jetzt kommt über das 10 Millionen Dollar Ei. Lasst uns ein Like und ein Abo da, Freunde. Alter. Ich bin bitte legendär. Das wäre so heftig gewöhnlich. Aber was kriege ich dafür? Was bringt das? 28.000. Ey, ich kann nicht immer noch nicht glauben, dass er mir das abgezogen hat, der Typ, ey. Was sollte das? Aber ich würde sagen, wir berechnen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge bei dem, Kaspar. Machen wir. Und dann werden wir auch bis zum Ende einmal komplett durchgehen. Dann werden wir bis zum 1-Million-Dollar-Turm kommen, ja. Ja. Das wird krass. Das war's gewesen, Freunde. Wenn ihr von da mehr sehen möchtet, dann lasst uns auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Checkt unbedingt hier dieses Video aus, Leute. Das ist anscheinend bei YouTube von euch empfohlen worden. Deswegen raufklicken. Das wird auf jeden Fall richtig gut sein. Ciao, ciao.